Herzlich Willkommen zur Welt der Werkstoffe. Mein Name ist Professor Bonnet. Als Reaktion auf die einminütigen Videos zu jedem chemischen Element bin ich von vielen gebeten worden, doch zu Titanium ein längeres Video zu produzieren, sodass wir uns in den nächsten Minuten einiges Wissenswertes über Titanium oder einfach kurz Titan anschauen wollen. Titan hat das Elementsymbol TI und die Ordnungszahl 22. Es gehört zu den Übergangsmetallen und steht im Periodensystem in der vierten Nebengruppe, die auch Titanengruppe genannt wird. 1791 fand der englische Geistliche und Mineraloge Gregor in einem Mineral aus dem Tal Mannequin ein bisher unbekanntes Metall, das er als Mannequin bezeichnete. Als Martin Heinrich Klapproth 1795 ebenfalls ein neues Metall entdeckte, nannte er es Titanium, nach den Titanen aus der griechischen Mythologie. Zwei Jahre später erkannte man, dass beide Metalle identisch waren, allerdings setzte sich der später vergebene Name Titanium oder auch kurz Titan durch. Die Titanen der griechischen Mythologie sind Riesen in Menschengestalt und ein mächtiges Göttergeschlecht und mussten mit ihrem Namen schon häufiger Pate stehen. Sei es bei dem Fußball-Titan Oliver Kahn, beim Pop-Titan Dieter Bohlen, bei dem größten Mond des Planeten Saturn oder dem Brettspiel-Titan, wobei es bei letztgenannten tatsächlich um die Titanen aus der griechischen Mythologie geht. Titan zählt zu den Leichtmetallen. Mit einer Dichte von 4,5 Gramm pro Kubikzentimeter ist es jedoch das schwerste der Leichtmetalle und liegt nahe an der Grenze zwischen Leicht- und Schwermetallen von 5 Gramm pro Kubikzentimeter. Daher bleibt der klassische metallische Leichtbauwerkstoff nach wie vor Aluminium mit einer Dichte von lediglich 2,7 Gramm pro Kubikzentimeter. Sind jedoch Einsatztemperaturen größer 150 Grad Celsius oder besondere Korrosionsbeständigkeiten gefragt, so ist Titan durchaus eine interessante Alternative als Leichtbauwerkstoff. Das schwarze Mineral Ilmenit besteht zu ca. 48% aus Eisen-2-Oxid und zu 52% aus Titandioxid. Interessanterweise ist das daraus gewonnene Titandioxid schneeweiß und das mit mehreren Millionen Tonnen pro Jahr am meisten eingesetzte Weißpigment, sei es in Farben, Lacken oder zur Einfärbung von Kunststoffen und Laminatpapieren. Selbst die meisten farbigen Produkte enthalten in der Regel auch Titandioxid als Weißpigment, um ein hohes Deckvermögen zu erreichen. Aber auch die Gewinnung von Titan erfolgt in aller Regel aus dem Titaneisenerz Ilmenit oder dem Mineral Rutil, welches nicht noch Eisenoxide enthält. In beiden Fällen liegt Titan als Oxid vor. Da die Sauerstoffaffinität des Titans sehr hoch ist, muss die Verbindung erst in eine leichter trennbare überführt werden. In Anwesenheit von Kohlenstoff reagiert das Titandioxid mit Chlorgas bei 800 bis 1000 Grad Celsius zu Titantetrachlorid, TiCl4. Das gasförmige Titantetrachlorid muss zunächst gereinigt und dann durch Kühlung verflüssigt werden. Das geschieht alles unter Stickstoff als Inertgas. Die Reduktion zum metallischen Titan erfolgt schließlich mit reaktiven Metallen wie Magnesium oder Natrium. Das flüssige Titantetrachlorid wird in flüssiges Magnesium oder Natrium, also in einem Temperaturbereich von 700 bis 900 Grad Celsius, eingeleitet und zu Titan reduziert. Dieser Prozess wird Krollprozess genannt. Nach mehrstündiger Reaktionsdauer muss aus dem erstarrten Gemisch noch das Magnesiumchlorid und das überschüssige Magnesium mit Salzsäure herausgelöst und durch Destillation getrennt werden. Es bleibt ein Titanschwamm über, der verpresst und unter Vakuum oder Schutzgas im Lichtbogenofen zu hoher Reinheit umgeschmolzen wird. Bei einem solch aufwendigen und energieintensiven Prozess kann man sich leicht den sehr hohen Preis des Titans erklären, obwohl die generelle Verfügbarkeit als neuntäufigstes chemisches Element in der Erdkruste sehr gut ist. Titan liegt, wie auch Eisen, als Polymorphismetall in zwei Allotropen-Modifikationen vor. Alpha-Titan kristallisiert hexagonal in dichtester Kugelpackung, Beta-Titan kristallisiert kubisch-raumzentriert. Die Umwandlung erfolgt bei 882,5 Grad Celsius. Während Aluminium als Legierungselement die Alpha-Phase auch zu höheren Temperaturen hin stabilisiert, so sorgt Vanadium als Legierungselement dafür, dass die Beta-Phase auch bei Raumtemperatur erhalten bleibt. So gibt es je nach Legierungszusammensetzung reine Alpha-Legierungen, reine Beta-Legierungen und auch zweiphasige Alpha-Beta-Legierungen. Die hexagonalen Alpha-Legierungen sind zwar nicht so gut verformbar, zeichnen sich aber durch eine deutlich niedrigere Diffusionsgeschwindigkeit gegenüber den versprödenen Elementen Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff aus. Gerade bei hohen Temperaturen wie in Strahltriebwerken werden diese Legierungen wie zum Beispiel TI-AL6-ZR5-MOSI gerne eingesetzt. Die kubisch-raumzentrierten Beta-Legierungen sind nicht nur besser umformbar, sondern zeichnen sich auch durch höhere Festigkeiten aus. Durch Aushärten lassen sich Festigkeiten von bis zu 1400 Megapaskal erzielen. Allerdings ist die Dichte durch Legierungselemente wie Vanadium, Chrom und Zinn deutlich höher. Das beste Verhältnis von Festigkeit und Dichte und damit gute Voraussetzungen für den Leichtbau erhält man mit den zweiphasigen Alpha-Beta-Legierungen. Am bekanntesten ist hier sicherlich die Legierung TI-AL6-V4 mit Aluminium als Alpha-stabilisierendem und Vanadium als Beta-stabilisierendem Legierungsbestandteil. Auch diese Legierung ist aushärtbar. Hier lassen sich dann immer noch Streckgrenzen von über 1000 Megapaskal erreichen. So wurde die Lockheed SR-71 oder kurz Blackbird als Aufklärungsflugzeug mit Tarnkappentechnologie zu 92 Prozent aus Titan gefertigt. Dieses Flugzeug war von den 60er bis zu den 90er Jahren im Einsatz. Brisantes Detail an der Geschichte. Die USA verfügten über keinen nennenswerten Titan-Erzvorkommen und mussten das Erz zur Titan-Herstellung für den Blackbird über Drittländer aus Russland besorgen. Heute sind übrigens Australien und Südafrika die größten Titan-Produzenten. Ähnlich wie Aluminium ist Titan ein unedles Metall, das sehr schnell mit Sauerstoff reagiert. Da sich aber an der Oberfläche eine fest anhaftende, sehr resistente Oxidschicht bildet, ist Titan sehr korrosionsbeständig. Selbst gegen das gefürchtete Königswasser ist Titan beständig. So wird es im Chemie- und Anlagenbau bei hohen Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit eingesetzt, wie zum Beispiel Wärmetauscher in Meerwasserentsalzungsanlagen. Nicht unerwähnt bleiben soll aber auch der Einsatz in der Medizintechnik, aufgrund der guten Biokompatibilität des Materials. Titan vereint höchste Biokompatibilität, mechanische Belastbarkeit und Korrosionsbeständigkeit und ist damit ideal für beanspruchte medizinische Komponenten. Insbesondere werden daher lasttragende orthopädische und Dentalimplantate aus Titan und Titanlegierung gefertigt. Dies können sein Gelenkersatzteile für Hüfte, Knie, Schulter, Wirbelsäule, Ellbogen und Hand, Fixiermaterialien für Knochen wie Nägelschrauben, Muttern und Platten, Zahnimplantate und Teile für die kieferorthopädische Chirurgie und zahnärztliche Prothetik. Aber auch Herzschrittmachergehäuse. So vielfältig die Anwendungsmöglichkeiten von Titan und Titanlegierung auch sein mögen, wird wohl immer noch der größte Teil als Legierungselement in Stählen eingesetzt. Um hochlegierte, nichtrostende Stähle gegen interkristalline Korrosion zu schützen, werden sie vorwiegend mit Titan legiert. Durch seine hohe Affinität zum Kohlenstoff verhindert es, dass es bei hohen Temperaturen zur Bildung von Chromkabiden kommt und das Chrom nicht mehr zur lückenlosen Ausbildung der vor Korrosion schützenden Chromoxidschicht zur Verfügung stehen würde. Vor allem in Nähe der Korngrenzen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und möchte zum Schluss noch einmal auf die Shorts Videoreihe zu allen chemischen Elementen und auf die Playlist zur Werkstofftechnik aufmerksam machen.